Also alle, die keine Ahnung was gerade so lustig ist, ich habe vor der Aufnahme gesagt, die eins sagt man nicht und dann hat Roman diese scheiß Intro Melodie abgespielt. Abgespielt vor allem, aus meinem Gehirn abgespielt. Oh, I see you, build a new House for you. Okay, weil, ähm... Ja, definitiv baue ich ein Haus, genau. We have to build our houses. Willst du jetzt kein Haus hier bauen oder was baust du? Ich baue gerade eine Farm. Hier sind doch 100 Stück. Ja, aber eine richtige. Das Buildings Aquarite. So, ich nehme auch, wollte wir checken. Äh, also. Ich werde mir jetzt eine Platz, eine Platz suchen, wer I can do. Das Wichtigst ist, ist, dass wir drumherum eine Border bauen. Einen Zaun. Eine Mauer. Das müssen wir übrigens für den nächsten, die Bettler-Projekt merken. Denn wir werden dann mit einer Border spielen, die deutlich kleiner ist als das letzte Mal. Deutlich. Ein Ding, äh, 200 Blöcke pro Richtung oder sogar 200. Und das wird die Bettler 2.0. Leute, schreibt mal in die Kommis, ob ihr so schnell wie möglich die Bettler-Staffel 2 haben wollt. Übrigens natürlich in der neuesten Version. Wow. Und da müsst ihr jetzt einfach mal nur in die Kommis schreiben, ob ihr das unbedingt schon loslegen wollt. Denn wir werden dann sofort anfangen. Und es kommt dann neben dem Projekt die Leber auch wieder die Bettler. Und damit ist der Circle close. Die Leber. Weil wir diesen Scheiß-Namen nur bekommen haben, weil wir auch die Bettler genommen haben. Die Bettler. Ja, das ist einfach, äh, Hey-Mut. Wie heißt du Fliebe? Ich geh mal hier in die Bett. Nee, das wird schon jemanden. Der liegt da einfach drin. Geh da raus. Okay, nee. Ich hab hier in unsere... Hä? Gro-Mein. Ja, Moin. Okay, wir haben auch Wolle in der Tode. Die Geräusche hast du gemacht. Oh, ich hab noch viel Wuhl. Ich hab noch viel Wuhl. Unsere Betten sind ja mit lieb. Mit Brot. Hast du noch Wolle? Ich guck einfach mal in irgendwelche Häuser rein. Ach nein, scheiße. Das stimmt ja, es spawnen ja immer neue Villager, wenn man ein neues Bett setzt. Oh, echt? Die machen ja nicht mehr nach Türen. Früher haben die ja immer nach Türen gemacht und heute machen die immer nach Betten. Ah, hier sind Freis. Ich liege. Ich liege auch. Unser Aufpasser-Holem passt auf uns auf. Ja, ich bin außerhalb des Hauses gespaffnet. Weil, der ist quite lustig. Peace, no, Jungs. Peace, no, Jungs. Warum eigentlich Mies, no, Jungs? Äh, Star Wars. Äh, Jar Jar. Achso. Mies, da, Mies. Meister, Mies. Meister, Mies. Was ist, Skywalker? Es sind einfach zu viele. Ich hätte das übrigens gerne gesehen, wie die Tren das Fett vorwerden. Ja, genau. Schön mit anzusehen. Eins, zwei, drei, vier. Wie weit muss man nochmal machen, damit der Wasserblock alles erreicht? Äh, vier Blöcke reicht, ja. In every direction. One direction. Every band. Meine übrigens, By the way, wo wir gerade noch bei den lustigen Themen von letzter Folge. Wie lange gehen wir eigentlich schon auf? Boah, so ein bisschen. Ein paar Minütchen. Also, in meiner, eine meiner Ex-Freundin, die angesprochen wird, ist wissen, die wird in mein Video gucken. Ähm, ups, Schaufel getroppt. Die hat in ihrem Zimmer, ohne Spaß, 77 Poster von Ron Direct. Ja, Ron Direct. Ja, aber auch cool. Bitte was? Er hänge dich bitte. Er hänge dich bitte. Mein Lord. Er hängt dich. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Oh, ja, unbedingt mal so eine Runde. Stronghold Legends auf. Oder Warcraft 3. Sowas habe ich nicht. Oder ein anderes Strategiespiel. Wir sind nämlich eigentlich Strategiespiel-Master. Ja. Wir spielen nur Minecraft, wenn es langweilig ist. Deshalb hieß mein zweitletztes Lied auch Milo Master. Uff. Da hast du gerade erst gesagt Uff gesagt. Ja. Ich bin ja auch Hip-Hop-Fan. Da sagt man auch die ganze Zeit Uff. Jetzt, wo ich immer sehe, dass bei Roman bei Spotify die ganze Zeit Hip-Hop abgespielt wird, kriege ich langsam immer mehr Probleme mit meiner Leber. Ja, moin. Ich kann es nicht fassen, dass mein Bruder auf die deutsche Seite gekehrt ist. Auf die deutsche Seite der Macht. How became you so gay? Ich weiß es nicht, mein lieber Freund. Misano. Misano. Misano, Jings. You Misano, why is that so gay? You Misano. Nee, jetzt mal ernsthaft. Wie kommst du auf diesen Deutsch-Fakt? Also, da muss ich mal ganz kurz meine Meinung sagen. Hey, was hast du für ein Problem? Darum du Deutschrap hörst, Mieser. Naja, Deutschrap kann man ja auch nicht einfach nur so sagen. Es gibt ja da verschiedene Sorgen. Deshalb letzte Saison Kapital Gas. Ich habe die deutschen Charts angedrückt, um zu gucken, was da ist. Und komischerweise waren wieder mal irgendwie 13 von 20 Litern Kapital Gas. Also, ich habe zum Glück in meiner Community einige Leute, die gegen das sind. Deutsch wie vorgehen. Puh, ich kenne das ja zum Glück schon. Deshalb bin ich ja auch ganz witzig, dass meine Community nicht für Deutsch reprisiert ist. Die Tat große Teile, denke ich schon. Aber not everyone. Jaja, Deutsch. Jojo, Deutsch. dass mein eigener bruder mein eigenes fleisch und blut hatte ich verraten hat mich hinter wenn es deutsch rap wird weil das ist vertreten ja habe ich noch einen Weazerat ja 34 und 3 Melon wenn du sie wissen willst will du sie selbst planten oder ich mir geben Me Der rät immer mit Katze rum, ich geh mal an, ich brauch... Da haben wir noch Fische? Fische? Fische Oh, ein Pufferfisch, aber der reicht 8 Minuten und 50 Sekunden Oh ja, weit schnell! So, ich hab ein Tropical Fisch Und... Und zu noch über Kahn Sammings Mit ein Tropical Fisch Dieser Toppi Bull mit ein Tropical Fisch Well, well, well Oh, traurig Wie frech Wie frech? Das ist ein Rohr COD Fuck hot Why is that not working? Wait, wo ist er? Oh, der ist sehr groß Wie? Wie? How can I... Please, please, eat Eat another one Topical Fisch Oh, du ver... Mischstück! Du vermüllte Müllkatze Verdammte Scheiße, muss ich noch ein paar Mal angeln Uns schaffen wir es von hier noch die Angel zu schwingen Weeeee Dafür Ja 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 Was passiert so in deiner CD? Was? Was passiert so Neues in deiner CD? Och, immer dasselbe Weiß schon Tod, Verderben Leichen Und so weiter Und so weiter Und so weiter Ja Das ist my answer About it Weißt du was? When this week is over I have six weeks no school made That sounds not cool That sounds not cool No, it isn't It is very not COD ficht But nothing is really quite changing But, you know Now The Video is schon wieder on The Elf Minutings Well, we have to make a recapture now Yeah Okay, Leute Jetzt seht ihr Wir haben schon wieder aufgenommen ganz lange Und jetzt ist die Folge wieder zu Ende Yeah Ja Ja Leute, wir sehen uns ja beim nächsten Mal Wenn es heißt Die Leber Ah, ist der Graf ein Creeper Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bye, bye Ciao, ciao Knigge die Knalle Rapsele Bauf Pau, 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 Pau Pau, Pau, Pau Ciao, ciao, ciao